Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Was wäre eigentlich, wenn die Comic-Cookies und der Pau-Podcast die What-If-Folgen vom Tele-Stammtisch übernehmen würden? Hallo, hier ist Andreas vom Pau-Podcast. Wir versuchen das heute mal. Der angeknabbertes Patrick ist mit dabei. Gehirn. Und der verhungertes Sam liegt auch in der Ecke. Und für alle Leute, die diese Folgen bisher noch nicht gehört haben, sollten wissen, wir werden heute spoilern, wie wir können. Wir halten uns da überhaupt nicht zurück. Wenn euch das stört, solltet ihr also erst die Folge gucken und uns dann zuhören, wie uns das Ganze gefallen hat. So ist das. Lieber Patrick, magst du uns erklären, was denn in der neuesten What-If-Folge passiert ist? Na klar, Bruce Banner wird durch ein Portal geworfen. Er ist von Thanos ziemlich vermöbelt worden und steckt in einer Identitätskrise. Er kann sich nicht mehr in den Hulk verwandeln. Aber er steht halt Thanos' Schergen gegenüber und er merkt auf einmal, die Avengers kommen mir doch zu Hilfe. Nur sind es diesmal zombifizierte Avengers, die zu einem richtig großen Problem werden. Also wir kriegen hier die Marvel-Zombies-Folge endlich mal. Ja, und da hast du dich eigentlich schon ewig lang drauf gefreut. Patrick, das hast du ja mehrmals schon angekündigt und endlich ist es soweit. Ja, genau. Der Punkt, wie sie denn dann zu Zombies geworden sind, unsere Avengers, unsere Helden der Erde, ist einfach der Punkt. Wir setzen da in Ant-Man and the Wasp, glaube ich, war das der Teil, der zweite Teil, wo ja Hope nach ihrer Mutter sucht. Und der Vater von Hope ja dann in dieser, wie heißt diese Ebene? Quantum Realm. Quantum Realm, genau. Und die Mutter da allerdings schon zombifiziert ist. Und da, wenn sie dann zurückkommen in die Realität, halt dieses Zombifizierte mitnehmen und dann praktisch die Seuche ausbricht. Da fand ich schon, das war so ein bisschen lazy Storywriting. Wir haben jetzt Zeitreisen über das Quantum Realm erklärt bekommen. Wir bekommen Parallelwetten über das Quantum Realm erklärt. Und jetzt kriegen wir die Zombies auch darüber erklärt. Hui, lasst euch mal was anderes einfallen. Und wo bleibt die TVA bei all diesen Anormalitäten? Naja, vielleicht ist es ja genau die richtige Zeitlinie zum richtigen Moment für die TVA. Aber natürlich hast du recht, aber ich finde, das ist eine Krankheit. Da krankt ja die ganze Reihe dran an diesem Lazy Storywriting. Was, glaube ich, ein Thema ist, wo wir zum Schluss auch nochmal drauf kommen. Das liegt einfach an dieser begrenzten Zeit von irgendwo 30 Minuten. Man möchte möglichst schnell den Start haben, um dann noch was erzählen zu können. Richtig. Das haben wir ja schon teilweise oder beziehungsweise in der vierten Folge von unserem Podcast ja auch schon gemerkt, dass die Folge an sich für Doctor Strange viel zu kurz war. Also es war viel zu zusammengequetscht, das Ganze, als dass sich da hätte was mehr zusammenbauen können. Also wir fanden ja die vierte Folge schon ziemlich kurz. Absolut. Und das zeigt sich ja immer wieder, es fühlt sich immer an, als würde ich einen Pitch für eine große Idee gucken. Und hier, ich greife jetzt einfach mal vor, am Ende ist es hier ja genauso. Man sieht am Ende noch zwei Schnitte. Das eine, wo Thanos auch zombifiziert ist, was die logische Konsequenz von allem ist. Und auch, dass in Wakanda alle zombifiziert sind. Und was für mich wirkt wie, überleg doch mal weiter, was da kommen könnte und mach dem Disney-Konzern Druck, damit wir diese Idee mal ausarbeiten dürfen. Ja, das fand ich halt auch schade. Ich hätte das gern ausgeführt gesehen. Und nicht nur, haha, Kopfkino. Ja. Aber Sam, wie findest du denn die Idee überhaupt, wenn du nicht so ein großer Fan bist von Zombies wie der Patrick, Zombies in dieses Verhelden-Universum zu bringen? Ist das was, das fickst dich an oder dachtest du vorher, ach komm, lass mich lieber in Ruhe damit? Also ich bin ja nicht so ein großer Zombie-Fan wie unser Patrick hier an unserer Seite. Ich mag trotzdem Zombie-Filme, ich gucke sie natürlich auch voll gern. Und ich habe auch die Comic-Reihe gelesen, Marvel Zombies. Von daher war für mich das schon, also auch schon so ein Hoffnungsschimmer, dass die Folge endlich kommt. Ich fand hier in der Folge, wie letztendlich die Avengers zu Zombies geworden sind, der Clou. Weil man denkt ja, das sind Helden, wenn da eine Horde Zombies kommt, Captain America macht es erstmal alle platt mit dem Schild und Iron Man, schießt einmal seine Photonen und Laserstrahlen und dann sind sie hin. Dass aber der Ant-Man, also das kleinste Wesen, ihn beißt und dadurch zombifiziert wird, das fand ich schon ein lustiger Gag. Also das hat mir schon gut gefallen. Ja, absolut. Was sagst du dazu, Patrick? Nachdem der Zombie-Virus ja jetzt eher ungelenk eingeführt wurde, die weitere Verbreitung gut für dich oder eher? Ja, ich fand das cool. Ich habe nur diesmal in der Grafik ein bisschen was zu bemängeln. Zwei, drei Charaktere hatten nicht einen großartigen Wiedererkennungswert. Bruce Banner sah so ein bisschen verfremdet aus und auch Kurt, also der von David Dasmachi angesprochen wurde. Den hat man auch nicht erkannt bis auf den Moment, wo er dann auf einmal Baba Yaga ins Mikro brüllt. Und Sharon Carter sah halt auch nicht so ganz aus wie Sharon Carter. Das fand ich so einen kleinen Wermutstropfen. Aber die Idee, wie sie es umgesetzt haben, war ganz cool. Die haben das Maximum aus der FSK 12 rausgeholt. Aber ja, ein bisschen lustiger hätte es natürlich sein dürfen. Ich wollte gerade sagen, es sind in dieser Folge ziemlich konsequent. Also wenn jemand tot ist oder jemand zombifiziert ist, ist er auch letztendlich ein Zombie. Also gibt es kein Zurück. Bis auf dann diesen Punkt, wo sie sagen, sie haben eine Heilung gefunden oder ein Medikament, dass es wieder rückgängig machbar ist. Aber so wie du sagst, dafür, dass es halt ab 12 ist, fehlt halt dementsprechend das Blut. Und das wäre halt so ein Punkt gewesen, wo ich finde, hätte man die Folge jetzt gesagt, die ist ab 16, ab 18, dann hätte es ein bisschen mehr blutiger gestanden. Weil wir sprechen hier von Zombies. Also da könnte schon ein bisschen mehr Blut spritzen. Das war so ein Punkt, der hat mich so wie Patrick eigentlich so ein bisschen gestört. Und auch die zwei Figuren, wo er jetzt angesprochen hatte, Patrick. Naja, klar, da gebe ich dir recht, die waren der Wiedererkennungswert. Der war sehr, sehr schwach. Ja, definitiv. Ich bin da bei beiden Punkten bei euch. Also das Blut. Ja, sie haben das Maximum rausgeholt für FSK 12. Waren vielleicht sogar einen Tacken drüber. Da lässt sich bestimmt drüber diskutieren. Aber ich hätte mich auch gefreut, wenn er FSK 16 oder sogar 18 drangeständen hätte. Und man wäre in die Vollen gegangen. Gerade bei so einem Thema. Ich verstehe aber auch, dass ein Disney-Konzern sagt, wir wollen auch die jungen Zuschauer erreichen. Und die kriegen wir sonst nicht. Und Wiedererkennungswert, ja. Also gerade bei so ein paar männlichen Figuren musste man schon gut aufpassen, wer das jetzt sein soll. Vor allem sieht halt Bruce Banner in dieser pinken Uniform halt aus wie so ein Gehilfe von Bogenbär, also von Hawkeye. Richtig. Richtig. Ich habe teilweise auch erst gar nicht erkannt, wer derjenige sein soll, der am Schluss ja dieses Baba Yaga rausschreit. Er so, wer soll das sein? Also ich habe den Akzent, habe ich verstanden. Und da konnten die aber irgendwo nicht eins notieren. Bis er dann halt mit diesem Baba Yaga kam. Und ich so, ach ja klar, natürlich, das ist er. Aber ich habe ihn so vom Zeichenstil her nicht erkannt. Das hätte man im O-Ton erkannt, da wurde er von dem selben Sprecher synchronisiert, den wir auch letztens als Polka Dot Man bei The Suicide Squad gesehen haben. Und ich habe mich gefragt, wieso schon wieder. Also Peter Parker verliert dauernd irgendwelche Vaterfiguren. Also Happy Hogan war da quasi eine neue Vaterfigur. Der stirbt natürlich. Und es wird schon wieder die Hoffnung sterben gelassen. Also Hope stirbt auch wieder. Irgendwas scheinen die in der Serie gegen Hope zu haben. Ja, also sterben lassen haben sie ja viele. Auch Hope, das fand ich halb so wild. Dass Happy stirbt, er ist halt kein Held und vielleicht wollte man zeigen, dass er deswegen nicht überleben kann. Und den opferst er halt als erstes, wenn er Leute opfern muss, glaube ich. Er ist halt das gewohnt, weil er ein Bodyguard ist und sich dann dafür opfert. Aber auch einen schönen Tod fand ich den vom Felgen, wo dann Bucky sagt, ja, ich sollte irgendwie traurig sein, aber ich bin es nicht. Genau. Das war so cool. Was ja auch so eine leichte Anspielung auf Felgen und Winter Soldier, die Realserie, so empfunden hatte. Welche Entscheidung ich ganz komisch fand, Entschuldigung, dass ich jetzt so zwischen reinkrätsche, und zwar die mit Vision und Wanda. Aber ich verstehe, dass die zwei ja immer noch, oder sind ja ein Liebespaar, aber Vision sich entscheidet, Leute herzulocken, um sie an sie zu verfüttern, ist eigentlich gegen seine, naja, wie sagt man, seine Realität? Das ist komplett out of character. Wenn du den Vision betrachtest, der sich bei Wonder Vision halt wirklich für die Menschheit geopfert hätte, und jetzt verfüttert er einfach an seine Zombie-Frau alle Menschen, nee, das ist wirklich out of character. Ja, das meine ich ja, weil Vision eigentlich reagiert, oder auch von seinen Wesen eher so wie Data ist und alles logisch angeht, und eigentlich mit Gefühlen ja nicht so viel zu tun hat, deswegen fand ich die Situation ein bisschen komisch. Er war ein bisschen Dr. Frankenstein. Ja, aber dafür ist es ja What-If, finde ich. Genau. Und es war natürlich ein Zitat aus der Marvel-Zombies-Reihe, in der ja im Grunde dasselbe auch mit T'Challa, meine ich, passiert. Richtig. Der ja als, naja, Nahrungsmittellager, wenn man das so bezeichnen möchte, festgehalten und auseinandergesägt wird. Ja, genau, das hat man ja in der Folge auch gesehen mit seinem Fuß. Man hat ja schon gesehen, dass der Fuß amputiert worden ist, um ihren Wanda zu verfüttern oder zu... Also, ich finde solche, naja, Verfehlungen könnte man vielleicht nennen, aber so Out-of-Character-Momente, finde ich eigentlich ganz nett, weil dafür gucke ich halt What-If. Genau. Bisschen war aber auch der Humor halt leicht lehplatziert, also Futurama, Ant-Man, da dachte ich, okay, was auch immer das sollte. Ja, du weißt, den Kopf in Glas, ja. Habe ja auch direkt an Futurama denken müssen, richtig? Ja, ganz eindeutige Anspielung da drauf, ja. Richtig. Ich fand auch den Auftritt von meinem Käpt'n hier, fand ich auch, wenn er zombifiziert war, ich fand das echt eigentlich gut eingefangen. Das war der durchfeierte Käpt'n Schwabe nach seinem letzten Geburtstag. Ich fand's nur schade, dass er halbiert und nicht skalpiert wurde mit seinem Schild. Das hat's halt nochmal... Im Comic werde ja eigentlich skalpiert. Hier haben sie sich jetzt entschieden, dass das Schild halt ihn halbiert und in der Tür stecken bleibt. Genau, ja. Was haltet ihr denn von der Idee, die man hier aufgegriffen hat, dass ja scheinbar eine Art Muskelgedächtnis noch da ist? Denn alle Zombies, ich glaub, das haben wir noch nicht genug rausgestellt, die Superhelden sind, können noch ganz normal kämpfen. Also ein Käpt'n America kann immer noch mit seinem Schild kämpfen und weiß noch genau, wie es geht, auch wenn er nicht mehr ganz bei Sinnen ist. Oder auch ein Iron Man hat die ganze Zeit seinen Laser verfeuert, obwohl... Auch Hawkeye fand ich, dass er immer noch Pfeil und Bogen schießen konnte. Oder Wanda zaubert immer noch. Dr. Strange zaubert immer noch. Richtig. Das sind schon ein bisschen overpoweredere Helden. Ich fand's nur zum Glück bei weitem nicht so schlimm. Wie's dann irgendwann in der Vorlage wurde, wurde... Wo du das Gefühl hattest, du hättest auch da fast genauso gut Arnold Schwarzenegger als Hamlet besetzen können. Genauso abwegig wurde das da irgendwann. Also es war wirklich dann so abdriftend wie bei einem Fast and the Furious-Film. Aber an sich fand ich die Idee nett und bei weitem nicht so schlimm, wie zum Beispiel bei Army of the Dead letztens, wo sie das ähnlich behandelt haben. Richtig, das wollte ich nämlich noch einfügen, weil man ja sagt, die richtigen Zombies, die haben halt keine Erinnerung. Ich habe ja auch jetzt im Urlaub dieses Survival-Zombie-Buch gelesen von Max Brooks. Ach cool, das ist klasse. Genau, und da wird ja auch spezifiziert, dass Zombies in der Hinsicht, wie man sie wirklich kennt, eigentlich gar keine Erinnerung haben an ihre Vergangenheit. Hier finde ich das aber irgendwie erfrischend. Ich weiß nicht, mir hat das irgendwie gut gefallen, dass ein zombifizierter Hawkeye immer noch seinen Pfeil verschießt oder ein Falcon immer noch durch die Luft fliegt und von oben angreift. Also das fand ich eigentlich ganz frisch. Die Vorlage dazu hat er aber auch Robert Kirkman geschrieben, der Erfinder von The Walking Dead oder Invincible. Und bei The Walking Dead, da hatten die Zombies, ähnlich wie bei Shaun of the Dead, auch so ein gewisses Rechtsgedächtnis. Also die sind quasi im Zombie-Modus in ihrer Tagesroutine hängen geblieben. Und bei einem Avenger ist eh eben mit den Laserschießen oder Bogenverschießen oder wie Wonder mit ihren Händen da rumfuchteln und zaubern eben auch Tagesroutine, wenn du es so nimmst. Ja, nein, ich bin auch bei euch. Ich finde die Entscheidung eigentlich ganz schön, gerade weil, was hätte man sonst groß erzählen sollen? Wären sie jetzt lang geschlurft irgendwo und hätten nichts mehr gekonnt, wären sie ja nur noch Zombies gewesen. Dann ist es ja egal, dass sie Helden waren. Vor allem, dann wären sie auch für einen Avenger keine große Bedrohung gewesen. Dann hätte man die einfach wirklich mit einem Atombombenwurf platt machen können. Ja, ob Helden jetzt eine Atombombe einsetzen würden, diese Diskussion kriegen wir jetzt nicht los. Oder mit der verkannten Reana Speeren. Ja, natürlich hast du recht. Das ist allerdings eine Schwäche des Films, die ich nicht so ganz verstanden habe. Ganz am Anfang werden Haufen Zombies von den Ameisen besiegt, angeführt von Wasp. Und dass das einfach nicht wieder passiert. Diese Armee nicht nochmal benutzt, vor allem in ihrem großen Zustand, obwohl das ihre Tagesroutine war, weil sie immer von diesem Schwarm begleitet wurde. Genau, das ist der Moment, da muss man glaube ich die Augen zuhalten und einfach hinnehmen, dass es nicht nochmal passiert. Weil ich glaube, das hätte einige Situationen auflösen können. Bin mir sicher auch, dass diese große Ameise Anton war. Sehr, sehr, sehr sicher. Gut, dann kommen wir doch zur finalen Bewertung dieser unglaublich tollen Ausgabe von What If. Patrick, wie viel Gehirne würdest du dem Ganzen denn geben? Ich schwanke zwischen 3,5 und 3,75, aber ich gebe einen leichten Abzug, weil es dann eben doch in Sachen Humor so leichte Schwächen hat. Und auch die Gesichtszeichnung, das war wirklich ein bisschen fahrlässig, dass man manche Charaktere einfach nicht wiedererkannt hat. Und das war nicht ganz logisch, aber ich hatte mal Spaß, ich hatte endlich mal eine Marvel-Zombies-Folge und ich bin eigentlich doch recht zufrieden rausgegangen. Cool. Wie hielt es bei dir aus, Sam? Ich schließe mich der Meinung von Patrick eigentlich ziemlich an. Ich bin auch bei 3,5. Ich fand die, also erzählerisch und so, hat mir die richtig gut gefallen. Und auch, wie er auch schon sagte, endlich mal eine Zombie-Folge im Marvel-Universum. Hat mir richtig gut gefallen nach dem Zeichenstil. Ich finde den Zeichenstil von der Serie bisher immer noch gut, aber gerade bei diesen Charakteren, wo wir in der Folge jetzt gesehen hatten, also zum Beispiel Bruce Banner oder halt auch unser Baba Yaga-Typ, die hatten wir, oder habe ich auf Anhieb nicht erkannt oder habe ich mich nicht wieder, wie sagt man, wiedergefunden. Also ich hätte gerade bei Bruce Banner gedacht, dass man den deutlich imprägnanter oder, wie sagt man, besser raus... Markanter. Sagen wir markanter. Ja, sagen wir markanter. Weil markant fand ich zumindest diese Cell-Shading-Optik. Da habe ich mich direkt wieder an die Telltale-Games von The Walking Dead versetzt gefühlt. Und auch die Zombie-Horden, die sahen wirklich eins zu eins genauso aus wie in den Telltale-Games. Richtig. Ja, kommt mal. Ich schließe mich da an. Ich vergebe aber nie Kommazahlen, deswegen bin ich bei einer soliden 3 von 5. Ich glaube, wer Zombies mag und wer Marvel mag, findet hier genau das, was er gesucht hat. Wer keine Zombies mag, wird hier wahrscheinlich immer noch keine Zombies mögen. Es macht aber sehr viel Spaß zuzugucken und ist eine Folge, die dieses What-If-Konstrukt sehr gut ausfüllt und sehr gut ausnutzt, wie ich finde. Definitiv, bin ich bei dir, ja. Euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir schlurfen jetzt weiter. Patrick, Sam, danke für eure Zeit. Gerne. Danke, dass du für uns eingesprungen bist oder beziehungsweise für uns die Open-Iteration übernommen hast. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.